Dorffeste finden sehr gerne zum Sommeranfang statt. Auch in Völz geht am Dorfplatz bereits zum vierten Mal das Völzer Dorffest über die Bühne. Bei idealen Wetterbedingungen kann Völz-Vizebürgermeister zahlreiche Gäste begrüßen und auch Organisator Paul Holzmann freut sich über den gelungenen Beitrag zum gemeinschaftlichen Leben. Ich muss mich natürlich an der Feuerwehr bedanken, der hat eine super Sache für mich aufgestellt. Wir machen jetzt eine Zusammenarbeit und wie man sieht, taugt sich die Leute natürlich auch nicht. Wie jedes Jahr saugt die Livemusik für beste Stimmung und zum fünfjährigen Jubiläum hat Holzmann jetzt schon einige Pläne. Hat sich der Bausch über das Sonnens einfallen lassen. Natürlich ist das Besondere noch ein Geheimnis und es wird nächstes Jahr kommen. Einstweilen gibt es ja über das Dorffest 2012 genug zu erzählen.